Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Wim Spore und genau, ich nehme es jetzt direkt nach der letzten Folge auf und wir waren ja beim letzten Mal hier und wollten diesen Planeten uns terraformen, da würde ich sagen, ich habe schon wieder das Falsche gekauft, das kann noch nie wahr sein. Gut, Leute, dann müssen wir nochmal kurz auf eine Einkaufstour gehen, ja wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder dabei seid und da würde ich sagen, kaufen wir uns doch mal einen Asteroidensturm hier, einen Meteoridensturm, habt ihr das? Was ist das denn? Coole Mucke, aber die haben es leider nicht, die breiten sich ganz schön aus hier, die Lillanen, ne? Zum Glück sind wir mit denen verbündet, ja, muss ich sagen, gut. Ähm, alles klar, danke, dass du mich empfängst. Och, du hast das auch nicht, was soll das denn? Mensch, Leute, wir müssen nur noch ein weiteres Sternensystem kolonisieren. Ah, verdammt nochmal, Leute. So, das könnten wir kaufen jetzt hier fast, ne? Vom Lillowreich, genau, hallo. Habt ihr einen Meteoritenhagel? Meteoritenhagel, ihr habt Meteoritenhagel, alles klar, Objekt kaufen und hier zum Nulltarif quasi. Gut, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir das nochmal hier in den Angriff mit diesem Planeten hier. Jetzt endlich, ich will endlich hier mal... Es geht immer noch nicht. Ich muss Koloniepakete kaufen. Oh Mann, oh Mann. Lasst euch doch gegenseitig in Ruhe, Mensch. Lasst euch doch in Ruhe. Flixelreich. Quabertreich. Ja, ja. Lillowreich, ihr führt wieder Krieg gegen... Das steht zum Verkauf. Okay, alles klar, Leute. Ich möchte aber noch nicht kaufen, ich möchte erstmal Koloniepakete haben. Hallo. 112, ja, komm. Da lachen sie uns wieder aus hier. So, wir haben aber ein Mega-Geschütz, ne? Das ist ein Geschütz für Planeten. Äh, falls die... Falls die uns angreifen irgendwann, dass die Geschütze dann auch bei der Verteidigung des Planeten helfen, aber... Hier habe ich sogar schon eine Kolonie. Das passt sogar schon. Alles klar, Leute. Ihr seht, hier sind wieder Vulkane. Vulkane und Gewitterwolken und alles. Macht das mal bitte weg. So. So. Punkt. Bewegt dich bitte in die Mitte. Ich möchte hier ein bisschen... Oh, aus der Gewitterwolke raus. Hier, los. Oh, geht weg, ihr scheiß Gewitterwolken. Schaut euch das an, da. Da ist eine Gewitterwolke. Wenn ich da reinfliege, seht ihr, das zieht uns ganz schön viel Energie ab. Aber die verschwinden, Leute. Die Gewitterwolke ist weg. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann... Kleine Pflanze. Mittlere Pflanze. Große Pflanze. T-Score stabilisiert. Schon mal sehr gut. Öh, dann würde ich sagen... Ein Dino. Alles Fresser... Pflanzenfresser hier. Gut, dann würde ich es noch mal sagen... Alles Fresser? Sehr schön. Du hast einen Teil des Ökosystems fertiggestellt. T1 ist schon mal sauber. Alles klar. Und ihr braucht eigentlich keine Kuppel mehr hier, ne? Oder? Ihr braucht keine Glaskuppel mehr. Ne, eigentlich nicht. Ja, die verschwindet auch, seht ihr. Sehr, sehr gut. Alles klar, cool. Der Planet sieht sehr interessant aus, muss ich sagen. Schaut mal hier. Überall so Meere hier. Richtig cool. Alles klar, dann würde ich... Geht noch nicht, ne? Geht noch nicht. Ne, ne. Ich muss noch mal hier die Temperatur erhöhen. Also noch mal. So, Leute. Und am besten noch einen Atmosphärengenerator. So. Alles klar. Oh, das ist zu viel. Ah, kommt. Dann kaufe ich mir hier... Einmal kurz noch einen Meteoritenhagel kommen. Das ist zwar teuer, aber es ist jetzt egal. Ich brauche noch mal ein bisschen Temperatur hier. Los. Gut, Leute. Alles klar. T2 ist incoming hier. Moment, habe ich dafür überhaupt schon eine Reihe? Kleine. Sehr gut. Wir haben T2. Kleine. Mittlere Pflanze. Große Pflanze. Stabilisiert. Schon mal gut, Leute. Schon mal gut. Alles klar. Wir haben einen Allesfresser. Kann der hier überleben? Der kann hier sogar überleben. Alles klar. Sehr, sehr gut. Äh. Ansonsten haben wir hier leider nicht viel, ne? Das ist gerade ein bisschen blöd. Ich brauche noch zwei Tierchen, Leute. Ich brauche noch zwei Tierchen. Alles klar. T2 Planet. So, Leute. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, es gefällt euch hier soweit. Ich habe sehr viel Spaß hier. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber hier war ich doch schon drauf. Naja, ja. Ich gehe auf meinen Heimatplaneten und sammle mal noch ein paar Tierchen auf hier. Kann ich sowieso mal machen. Noch mal ein paar Gewürze einsammeln. So, hier sind nämlich wieder 30 Stück. Und hier oben noch das pinke Gewürz. Sehr, sehr schön, Leute. Da haben wir davon auch wieder 30 Stück. Und auf unserem Heimatplaneten ist auch wieder viel Gewürz. So, volle Palette hier. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, suche ich mal auf unserem schönen Heimatplaneten. Oh, schaut mal die Grafik. Das sieht richtig cool aus. Ähm, ich brauche noch... Ja, kommt. Ich brauche eigentlich auch noch ein paar Pflanzen hier. Äh, Frachtraum ist voll, ne. Das ist... Das ist gerade doof. Ähm, kauft ihr mir irgendwas ab hier? 14. Ja, okay. Das geht. Sehr, sehr gut. Und 9000 geht auch. So, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen... Äh, lädst du uns mal bitte auf kurz? Vielen Dank. Und dann würde ich sagen... Hol' ich mir nochmal ein paar bisschen was Zeugs hier. So, dann ist aber auch unser Frachtraum schon wieder voll, ne. Das ist gerade ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Weil hier haben wir die... Die Tierchen. Aber Moment. Ich kann die aufsaugen. Warum kann ich die denn aufsaugen? Naja, gut. Leute. Dann... Dann würde ich sagen, äh... Schmeiß die mal weg. Und dann nimmst du mal ein paar Tierchen hier mit. Das sind... Das sind Pflanzenfresser. Sehr, sehr gut. Leute. Dann würde ich sagen... Was ist denn das hier für einer? Ach, verdammt nochmal. Die große Pflanze brauche ich nicht. Alles klar. Dann nimm dir mal so einen hier mit. Und noch einen Esel. So, das ist nämlich ein Fleischfresser. Ach, verdammt Leute. Dann lass den Fleischfresser wieder raus. Und nimm den Esel mit. Das ist nämlich auch ein Pflanzenfresser. Genau, Leute. Dann haben wir nochmal eine Reihe zusammen. Äh, lass mich hier raus. Und ja, dann haben wir es auch schon. Die zweite Reihe. Genau, Leute. Die zweite Reihe für unser T2. Um den grünen Planeten zu befestigen. Und ich glaube, das grüne Gewürz kann man auch sehr gut verkaufen. Kein Lagerraum für mehr Gewürz. Ja, das ist ein bisschen doof. So, Pflanzefresser, einen Esel. Und hier noch ein Pflanzefresser, ein Bip. Sehr, sehr gut, Leute. Wir haben T2. Ja, shit, das ist zu viel Atmosphäre jetzt. Ja, ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, die nächste Kolonie baue ich einfach mal. Äh. So, wo baue ich die am besten auf? Ich baue die am besten hier so drauf. In die Mitte. Und ja. Cool, Leute. Dann haben wir hier T2. Moment, 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 Moment. Was? Der Punkt. Ach, verdammt, ey. Ich brauche mehr Temperatur und vor allem... Ja, lach uns nicht aus, Mensch. Ich brauche auf jeden Fall... Eis, Sturm, Atmosphären, Generator. Ah, kommt. Meteoritenhagel. Und weniger Atmosphäre. Das hätte ich eben nicht... Oh! Boah! 45.000. Du meine Güte. Verkauf das hier. Ei, ei, ei. So. Gut. Ähm. Meteoritenhagel. Und weniger Atmosphäre, bitte. So, Leute. Der Punkt muss Richtung Mitte. Der Punkt muss Richtung Mitte. Leute. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Sehr schön. Wir haben... Haben wir eine kleine Pflanze überhaupt? Oh, nein, Leute. Wir haben keine kleine Pflanze. Wir haben keine kleine Pflanze. Verdammt nochmal. Ähm. Ich muss so schnell wie möglich jetzt nach Hause kurz eine kleine Pflanze holen. Äh. Auch noch ein paar Tierchen holen. Das hätte ich nicht machen sollen. Ähm. Ja. Hätte ich nicht machen sollen. Dass ich da so viele Sachen auf einmal sammle, ne? Äh. Ähm. Ich muss auf... Ich brauche auf jeden Fall ein paar Tierchen. Okay, Leute. Ähm. Kleine Pflanze. Gib mir eine kleine Pflanze. Hier, das hier. Das sind kleine Pflanzen. So. Ich brauche noch ein paar Tierchen. Was haben wir hier? Die haben... Das da. Was ist das denn da? Äh. Das ist ein Pflanzenfresser. Sehr gut. Fleischfresser. Sehr schön. Und ich brauche... Dann brauche ich noch einen Pflanzenfresser, ne? Kleine Pflanze. Was haben wir denn da hinten? Da sind auch noch ein paar Tierchen hier. So. Hallo. Ach. Verdammt. Nochmal. So. Dann nimmt er mit... Nimm den mit hier. Ah. Ist ein Allesfresser. Ist ein Allesfresser. Okay, Leute. Ähm. Kleine Pflanzen. Egal, Leute. Ich muss erstmal da... Tesco stabilisieren. Ja. Und wenn wir das hier fertig haben, diesen Planeten, würde ich sagen, gehen wir weiter Krieg führen. Weil wie ihr seht, wir müssen mal hier unten ein bisschen weiterkommen. Und dann ist Spore auch schon fast vorbei wieder. Meine Güte. Ja, danach kommt nicht mehr viel. So. Wir haben T3 tatsächlich. So. Ähm. Eine kleine Pflanze. Jetzt habe ich hier keine mittlere Pflanze, wa? Eine große. Ich werde verrückt. Ich habe keine mittlere Pflanze. Oh Mann, oh Mann. Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Eine große habe ich. Eine kleine habe ich. Ich brauche noch eine mittlere. Oh Mann. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Verdammt nochmal. Okay. Ähm. Schnell. Von irgendeinem Planeten eine mittlere Pflanze besorgen. Am besten hier von dem. Oder nee, da war ich beim letzten Mal schon. Äh. Dann fliegt mal zu deren Heimatplanet. Und hol da mal eine mittlere Pflanze. Und ein paar Teechen brauche ich eigentlich nicht mehr. Ach, das ist immer so kompliziert hier. So, mittlere Pflanze. Äh. Das sieht mir nach einer mittleren Pflanze aus. Da. Lagerung voll. Mensch. So, Leute. Eine mittlere Pflanze bitte. Kommt du her. Sehr, sehr schön. So schrecken. Sieht interessant aus. Alles klar. Da, 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 da. Ja, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht es sehr gut. Macht mir nach wie vor Spaß hier das mit euch aufzunehmen. Und T3 muss ich jetzt hier stabilisieren. Komm schon, komm schon. Schneller, bevor der Punkt. So, wie ist die mittlere? Hier ist die mittlere. So, Leute. Dann. Einer Pflanzenfresser, bitte. Fleischfresser. Nein, 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 nein. Da habe ich nur noch eine kleine... Ähm. Habe ich keine Pflanzenfresser? Allesfresser. Ja gut, komm, allesfresser. Ah, doch, habe ich. Hier. Ah, nee, der ist schon. Ah, hier. Ich brauche noch einen alten Pflanzenfresser. Oh, Mann, Leute. Gut, dann wisst ihr was. Dann schmeiße ich jetzt das ganze Zeug mal weg. Auch diesen Pip hier. Den setze ich mal ab, obwohl es den schon gibt. Und dann brauche ich noch einen Pflanzenfresser, Leute. Einen Pflanzenfresser brauche ich noch. Ja, das Design ist ein bisschen langatmig, aber was soll ich machen? Die wollen halt hier Artenvielfalt, ne? Das ist... Ja. Der hat T1. Gibt es da Tiere? Oder gibt es da nur Pflanzen? Ah, da gibt es tatsächlich auch Tiere. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf die Suche. Hier ist es nämlich sehr kalt. So wie das hier aussieht. Ja, schaut mal. Gut. Ah, hier. Pflanzenfresser. Da haben wir sie doch direkt schon. Sogar zwei. Ah, ne. Das sind alles Fresser. Okay. Liebes Schweinchen. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Morgogli. Auch nicht schlecht, Leute. Äh, ja. Und mein Handy klingelt mal wieder. So. Aber das soll uns jetzt egal sein, Leute. Ich möchte hier T3 weitermachen und nicht irgendwelche Anrufe annehmen. So, Leute. Und lasst den ab. Pfff. Sehr schön. Wir können unsere dritte Kolonie aufbauen tatsächlich. Würde ich sagen. Machen wir das doch mal. Direkt mal. Äh. Direkt mal hier so hin. Zack. Genau so. Sehr gut. Wir haben diesen Planeten auch von einer Einöde zu einem Paradies geformt. Und. Zack. Sehr schön, Leute. Gut. Und hier oben würde ich dann mein Gewürzlager hinpacken. Gewürzlager. Pack das hier hin. Zack. Genau, Leute. Zack, 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 zack. Und. Dillillillillillillillill. Sehr schön. Alles klar. Dann würde ich mal sagen. Bauen wir mal unsere Städte hier auf, damit die schön grünes Gewürz produzieren. Sehr schön, Leute. Gut. Dann wähle ich mal nochmal mein Gebäude kurz aus. Hier. Nein, 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 nein. Ja, komm, ist egal. Nein. Ich klicke mal das Falsche. Ja, ich bin nicht mit dem Internet verbunden. Ich mache meine Internetverbindung immer aus, während der Aufnahme, damit mich keiner stört hier. So, schönes Atomkraftwerk hier. Alles klar, dann würde ich mal sagen, Leute. Ja, dann würde ich sagen, baue mal Fabriken direkt. Direkt mal eine Fabrik und am besten... Ah, oder wie mache ich das jetzt am besten? Nein, 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 stopp. Ich hatte mir eine Struktur überlegt, aber geht schon. Ja, heulen nicht. Die heulen wieder hier. Gut, dann würde ich sagen, baue ich hier ein Haus. Dann sind die erst mal zufrieden natürlich, aber... Ich muss natürlich mehr Kohle ranschaffen hier, beziehungsweise mehr Gewürz. So, Leute. Würde ich sagen, geht's mal weiter. Mehr Gewürz. So. 120 die Stunde, perfekt. Alles klar. Zum Glück haben wir genug Kohle, um hier die... ...Städte aufbauen zu können. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, wenn wir das hier jetzt fertig haben bald, gehen wir mal weiter Krieg führen. Hier ist die letzte. Grünes Gewürz. Dann haben wir nämlich alle Gewürzarten. Leute, wir haben braunes Gewürz. Wir haben gelbes Gewürz. Wir haben lilanes Gewürz. Wir haben pinkes Gewürz. Wir haben grünes Gewürz. Jo, das war's. Aber trotzdem, saugut. Wir haben alle möglichen Gewürzarten, die es gibt. Genau, das lila, ne, fehlte noch, ne? Habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. So, Leute. Dann weitere Fabriken. Und komm, ich gebe euch da noch mal ein Hotel. So, Leute. Genau, und dann noch eine Fabrik. Und dann passt die Sache. 96 die Stunde. Passt schon, Leute. Jo, geht's euch gut? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Nehmen das nach wie vor an einem Sonntag... Ah, ja doch. An einem Sonntagabend auf. Und wenn ihr das seht, ist die Folge schon drei Tage alt. So, Leute. Aber das soll es nicht daran hindern, oder? Gut. Dann haben wir hier eine Fabrik. Ich glaube, das war so, ne? Die Struktur. Damit man da möglichst viel Profit rausschlagen kann hier. So, haben wir hier noch... Dann brauchen wir hier noch ein Zufriedenheitsgebäude hin. Hier noch eine Fabrik. Ah, 96. Das geht. Das geht saugut sogar. Alles klar. Dann kriegen wir jetzt ab jetzt auch grünes Gewürz. Sehr, sehr gut. Wirklich. Das können wir, glaube ich, auf unserer Heimatwelt sehr, sehr gut verkaufen. So. Leute. Alles klar. Punkt ist in der Mitte. Sehr, sehr schön. Können wir hier noch ein Gewürzlager aufstellen? Leider nicht. Schade. Okay. Gut, Leute. Wir haben unser pinkes, grünes Gewürz. Jawohl. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf unserer Heimatwelt vorbei. Was wollt ihr denn? Flixelreich. Ach. Ihr nervt. Wirklich. Ihr und eure Konflikte. Mensch, Mensch, Mensch. So, Heimatplanet. Wie viel nehmt ihr für grünes? Euer Ernst? 600? Ihr seid Halsabschneider. Ihr seid einfach Halsabschneider. Okay, egal. Ähm, Leute. Ich sammle noch mal kurz Gewürz ein. Ah, der hat ja nichts. Ich brauche nur noch ein neues Sternensystem. So, Leute. Gut. Jetzt sammle ich da noch mal kurz das Gewürz ein. Und dann gehe ich noch mal kurz auf Shoppingtour hier. Oh. Kein Lagerraum. Ja gut, dann macht den alle. Den Allesfresser mal weg. Und dann nimm dir das Gewürz von da. Mensch. Ah, Moment. Die könnten das Grüne abnehmen hier, ne? 23.000, ja, kommt. So, dann haben wir hier 3.300 fürs Braune. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir noch mal kurz bei uns. Mal gucken, ob die uns diese exotischen Gewürze hier verkaufen. Das Blaue, das Pinke und das Grüne. Ah, das Pinke für 12.000, ja, kommt. Ja, ist ja gut. Großer Energiespeicher. Warum eigentlich nicht, Leute? Mittlerer Frachtraum. Extreme Gesundheit. Ja, cool. Ja, cool. Ja, Leute, da haben wir schon mal. Ihr seid witzig. Reparatursets. So, Reparatursets. Klickselreich. Ja. Deine gescheiterten Missionen. Warum das denn? Kaufbahn 5 Plakette. Alles Kölner 3 Plakette. Sehr schön. Wir kriegen weiter Plaketten, Leute. Sehr, sehr cool. Gut, dann frage ich mal nach, ob die hier noch ein paar Energiezellen haben. Hallo. 17.000. Ja, das hört sich gut an. So, Interstellar Antrim 4. Nee. Ja, 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 ja. Mega Geschütz. Schild. Soll ich mir das besorgen? Nee, aber die haben Energiezellen. Sehr gut, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, Leute. In Anbetracht dessen, dass wir noch sieben Minuten haben. Machen wir uns mal auf. Ah, ich kann hier hinten gelbes Gewürz abholen, merke ich gerade, ne? Hier, genau. Hier kann ich mir noch gelbes Gewürz abholen. Oh, genau. 52. So. Ja, gut. Die sind eher betrügerisch. Extreme Energiespeicher. Ja, gut. Alles klar. Megabombe. Die könnte ich noch gebrauchen, Leute. Die Megabombe. Allerdings brauche ich dafür mehr Kohle, ne? Gut. Wo kriege ich denn gelbes Gewürz weg? Die haben gelbes. Die hier vielleicht. Da kriege ich vielleicht mein gelbes Gewürz weg. 52, ich meine. Ihr habt doch bestimmt auch Kriegssachen hier, ne? Megabombe oder so. Die kaufen das hier schon mal für 18.000. Okay. Moment, 7.000 für das gelbe ist gar nicht mal so schlecht. Weil gelbes Gewürz ist das zweit. Also das nicht seltenste. Gut. Dann mach dort mal weg. 1,2 Mille. Äh. Ach, was denn? Ah, vielversprechende Investitionen, Leute. Allerdings kann ich die hier auch schon kaufen. Also... Alles klar. Na, die... Ne, die sind... Hä? Ach so. Heimatplanet. Ja, okay. Ähm. Ich sammle mal kurz noch mal Gewürz ein hier. 11 von 30. Sehr schön. Hier oben die. Die haben schon auch wieder was. 9 von 30. Sehr, sehr gut, ey. Wirklich. Gut. Dann... Hier hinten grünes Gewürz. Jetzt... Ich hoffe auch mal 10 Stück oder so. 15 sogar. Oder 14. Ja, sehr geil. Gut. Äh. Da wissen wir noch nicht, was da drauf ist. Da würde ich sagen, fahren wir da einfach mal hin. Gelbes Gewürz. Und die haben ein seltenes Dings, aber ist okay. Habt ihr denn nicht die Megabombe für mich? Oh nein, aber ihr kauft das sehr teuer ab. Das finde ich super, Leute. Das finde ich super von euch. Und das hier auch. Perfekt. So, Leute. Ich brauche irgendjemanden, den mir hier... Das teuer abkauft. Hier, das hier. Die könnten uns das teuer abkaufen. Hier, das grüne Gewürz. Und vor allem mal die Megabombe rausrücken. So. Die haben die Megabombe für 1,2 Millionen. Sehr gut. Und die bieten 40.000 für das grüne Gewürz. Also fast für einen Nulltarif. So, wir haben eine Megabombe. Megaprotonenrakete. Laser. Sehr gut, Leute. Das heißt, wir sind ideal vorbereitet für unsere weitere Kriegstour. Gut. Gibt es hier noch mehr Aliens? Ich bilde noch mehr Ratzen hier. Wobei, die werden uns ja eigentlich schon Kontakt... Da. Sind die aggressiv oder was sind das für welche? Nö, das sind blaue. Aber das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das Kleinreich. Hallo. Ein hoher dran zu sein, das Schiff. Was ist mit denen los? Okay. Ja gut, alles klar. Aber hier haben wir nochmal einen neuen Verbündeten. Also einen, der uns... Jo. Der uns gut gesinnt ist. Und mit dem können wir doch direkt ein Bündnis machen. Ja. Perfekt. Alles klar, Leute. Der hat einen UFO tatsächlich. So, dann haben wir schon mal unseren nächsten Verbündeten. Oh, alles klar. Cool. Alles klar. Dann würde ich sagen, ja, auf die Suche nach weiteren Aliens hier. Da. Was sind das hier für welche? Ach, die sind sogar aggressiv. Hahaha. Ja, na dann. Hallo, Blink-Fischreich. Das Blink-Fischreich ist ein vernünftiges Volk und die Vernunft sagt uns, dass sein Spezies schon bald von unserer Militärmacht vernichtet werden könnte. Äh, ruf deinen Jet zurück, bevor ich ihn ins Stücke reiße. Nur schlechte Gäste bedrohen ihren Gastgeber. Sehr schön. Reisender 2. Monolith und Kreaturenoptimator. Okay. Ja gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, lasst uns Krieg führen, Leute. Lasst uns Krieg führen. So. Gib mir die Megabombe. Zack. Zack. So. So, die Bombe. So, Leute. Weiter drauf da, hier los. Und hier. Los, drauf da. Und hier drauf da, los. Hahaha. Sehr schön. Wir führen Krieg. So, die Stadt ist schon weg. Da hinten, oder? Oh, die habe ich sogar komplett weggemacht. Aber ist okay. So. Boah, das sind aber ganz schön viele hier, ja? Das sind aber ganz schön viele. So, dann. Hier gibt es nämlich eine geile Taktik. Und zwar einfach hier in die Richtung fliegen. Und mit dem Laser einfach draufschießen hier los. So, alles klar. Ich bin ausgerüstet, mein Freund. So. Hier geht es weiter. Und zack. Sammeln wir die Kriegsbeute auf hier. 57.000 Spore-Dollar. Gar nicht mal schlecht. Das war die Stadt, ne? 8.000. So, was haben wir hier? Ach, hier ist das der Gegenstand. Cool. So. Was haben wir uns zu sagen hier? Tausende Blumen werden erblühen. Ich erkläre mal kurz die Metapher. Diese Blumen sind Bomben, die über deinen Städten explodieren. Ab jetzt herrscht Krieg. Ist mir scheißegal, Leute. Wirklich, ich mache euch kaputt. So, los. Da kommt noch mal was. Da kommen sie noch mal. Hier, ich habe hier einen geilen Laser hier. Ich habe einen geilen Laser. Und zack. Und Raketen noch. Zack. Oh, heiliger, heiliger Kugel ist der. So. Ähm, hier. 6.000. Gib mir das. So, alles klar. Dann bombe ich jetzt mal deine Städte weg. Alles klar. Dann. Ah, das sind so kleine Raketen. Und die Geschütze. Ja, gut. Aber ich muss aufpassen, dass ich die Städte hier nicht alle... Na doch, ich mache sie platt. Komm. Mach die Städte kaputt. Ähm. So, mach die kaputt hier. Weil den Planeten möchte ich nicht. So, Leute. Alles klar. Nehmt ihr die Kriegsbeute mit? Sehr schön. 37.000 Spor-Dollar. Ich habe euch ja gesagt, das Krieg führen, das lohnt sich hier. Ach nein. Da ist meine Uhr schon wieder. Ach, verdammt. Leute, alles klar. Dann würde ich mal sagen, ähm, ja. Im Anbetracht dessen, dass die Uhr jetzt wieder geklingelt hat, würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Wir machen beim nächsten Mal direkt weiter mit dem Krieg. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.